Der Marktbericht direkt hier vom Handelssaal der Börse Stuttgart. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Börsenwoche 3. Die Erholung, die wir zu Beginn des Jahres gesehen haben, sie wird auf eine Probe gestellt. Wir haben zum einen relativ schwache Außenhandelsdaten aus China. Das lastet auf den Kursen. Und das große Thema in dieser Woche, die Brexit-Abstimmung des englischen Parlaments. Das lässt die Anleger alles relativ unsicher werden. Auf der anderen Seite kommen wieder viele Anleger zurück aus dem Weihnachtsurlaub, aus dem Winterurlaub. Und dann haben wir noch die Amerikaner hier. Beginnt langsam aber sicher die Bilanzsaison. Auch das könnte wieder entsprechende Impulse geben. Ja, neben dem Thema Brexit-Abstimmung haben wir noch das große Thema nach wie vor Handelskrieg zwischen USA und China. Und nach wie vor sind viele offizielle Stellen in Amerika geschlossen. Nach wie vor gilt der Government Shutdown. Heute Nachmittag werden wir dann die Bankenbranche etwas mehr in den Fokus gerückt bekommen. Stichwort Amerika. Die Citigroup wird nämlich berichten über das vierte Quartal des vergangenen Jahres. Und Stichwort Zahlen. Wir kommen jetzt zu den Top-Themen des Tages. Und da haben wir Zahlen, Eckdaten von Continental. Und das alles sieht nicht gut aus. Das gefällt den Anlegern nicht. Wir kriegen auch keine konkrete Prognose mehr von Continental, sondern nur eine Bandbreite. Und ja, Continental sagt, das ist üblich bei uns in der Branche. Aber den Anlegern gefällt es überhaupt nicht. Schauen wir mal ganz kurz drauf. 2018, schwieriges Jahr für Continental, nicht nur für Contis, für die gesamte Autobranche. Die Konjunktur war eingebrochen. Zweimal musste man hier die Gewinnprognose kappen. Zwei Gewinnwarnungen hatte es gegeben. Und das Thema Branche, Marge, wird 2019 auch sehr schwierig sein. Man erwartet hier ein bisschen weniger Profitabilität. Und sie war ja schon gesunken auf 9,2 Prozent. Jetzt nur noch 8 bis 9 Prozent. Umsatzseite, ja, ein kleiner Anstieg, wird erwartet auf 45 bis 47 Milliarden. Ja, die Expertenprognose, die lag so in der Mitte bei 46 Milliarden. Und noch einmal Zahlen, Dialog, Semikontakte, völlig andere Branche. Aber auch hier tut man sich schwer. Hier hat man im vierten Quartal das untere Ende der eigenen Prognose erreicht. 431 Millionen US-Dollar. Selber war man ausgegangen von 430 bis 470. Im Gesamtjahr sieht es ein bisschen besser aus. Umsatzanstieg 7 Prozent. 1,44 Milliarden Dollar hat man erreicht auf der Umsatzseite. 1,46 sind erwartet worden. Die Aktie zunächst ins Minus gedreht, dann wieder ins Plus. Experten sagen, guckt euch doch mal das Unternehmen an. Finanziell gut aufgestellt. Und auch das Thema Aktienrückkaufprogramm. Das ist ja eine gewisse Art der Kurspflege. Ganz schnell noch gehen wir in die Luft. Die Luftfahrtbranche Fraport meldet mit knapp 70 Millionen Fluggästen einen Rekord an abgefertigten Passagieren in Frankfurt. Und die Lufthansa, die sagt, Ölpreis ist wieder gefallen. Wir werden im Jahr 2019 weniger ausgeben müssen für Kerosin. Kommt gut an. Kleine Wehmutstropfen, Warnstreik des Sicherheitspersonals. Das wird knapp 200.000 Passagiere morgen dann beschäftigen. DAX startet schwächer. Dow Jones auch mit roten Vorzeichen. Der Euro leicht im Plus. Reiches gilt auch für den Goldpreis. Tschüss, bis später.